Die Glitzer Strukturpasten gibt es in verschiedenen Farben und können auf Holz und Stoff verwendet werden. Auf Stoff ist sogar bei 40 Grad waschbar und auf der linken Seite zu bügeln. Ich habe hier sogar selber die Schablone hergestellt mit der Big Shot und dieser Pusteblume. Ich habe dazu ein dickeres Papier verwendet. Man könnte auch eine dünnere Folie nehmen, aber zum Zeigen geht es hier einfacher mit dem Papier. Mit dem Malerklebeband befestige ich nun die Schablone, damit keine Strukturpaste darunter läuft. Nun drücke ich aus dem Beutel ein wenig von der Strukturpaste, hier habe ich die Farbe Perlmutt verwendet, verteile es mit dem Spachtel gleichmässig und nehme gleich die Schablone wieder weg. Auf Filz, Holz oder Stoff, die Glitzer Strukturpasten sind vielseitig einsetzbar. Viel Spass beim Kreativsein! Rauschen! Daniel Bergkirch! Aktiv Eine Die giame,aluNIver saw